Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdset, Alter. Ja, Leute, wir... Oh, was? Okay, doch nicht. So, wir gucken uns jetzt mal um, wo wir weitere Dinge sehen. Ich würde sagen, wir fliegen mal da rechts runter. So, und gucken mal, ob wir da was finden. Wir sollten nur nicht noch einen Lackschaden produzieren, sonst haben wir ein echtes Problem. So. So. Gut, geben wir jetzt mal hier ein bisschen Gas. Und drücken. Z. Genau, und... Ja, wir nähern uns. Okay, und dann hoffen wir mal, dass wir hier vielleicht Platin finden. Okay. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Okay, das ist ganz schön schnell. Und ich kann die Entfernungen hier noch nicht abschätzen. Okay. Gleich wird es Zeit für die Trägheitsdämpfer. Und wir drücken mal die Trägheitsdämpfer. Und... Checken mal. Aber es sieht so aus, als wäre hier nix zu finden. Mhm. Okay, dann geht es dann da zu dem Bläulichen weiter. So. Halt. Erstmal... Erstmal hier wieder auf Null kommen. Und dann können wir in diese Richtung beschleunigen. So. Weiß gar nicht, ob es in diesem Szenario überhaupt Planeten gibt. Fällt mir gerade so auf. Ich habe noch keine... gesehen. Okay. Was bist du denn? Du bist so grau, wie eine Maus. Okay. Okay. Da scheint aber auch nix dran zu sein. Okay. Es war ein bisschen spät. Vielleicht. Bin ich vielleicht nicht nah genug dran. Okay. Wir können rollen. Wir gehen mal hier ein bisschen näher ran. Gucken mal, ob wir irgendetwas sehen. Okay. Aber auch hier ist nischt. Ha. Okay, dann drehen wir hier mal ein bisschen. Und versuchen uns hier mal zur nächsten Gruppe vorwärts zu bewegen. Wir gehen mal hier mal ein bisschen. Genau. Und reg Heizdämpfer aus. Mir fehlt so ein bisschen das Klicken fürs... fürs Pingen aus anderen Spielen. Okay. 15 Stunden, zwei Tage. Okay, drei Tage. Vier Tage. Sehr schön. Gucken wir mal, ob da bei dieser kleinen lokalen Gruppe... vielleicht was mit drin ist. Das würde mir ja... Das würde mir ja gefallen. Das hätte g'schmeckle. Leute, das hätte g'schmeckle. Okay. Wir machen mal... So. Mhm. Und beschleunigen wir in diese Richtung. Okay. Und schauen mal, dass wir da durchfliegen. Okay. Na, jetzt könntest du langsam bremsen. Mhm. 50 Meter die Sekunde. Okay. Das sieht aber auch nicht so aus, als... Ah! Eis! Eis! Sehr gut. Ja. Komm schon. Eis können wir auch brauchen. Eis können wir auch brauchen. So. Da ist das Eis, Leute. Da ist das Eis. So. Jawohl. Okay. Wir gehen ein bisschen runter. So. Dann werden wir uns doch hier mal... ...mal ein bisschen Eis hier weg schnullen. ...so. So. Links sind an. So. Okay. so ok hier mal schön eis rauskrabbeln kann man immer brauchen so ok wird funktioniert ja wunderbärchen ein bisschen weiter rein mal kurz f und gucken was jetzt gerade durchläuft da ja schön da kommt da kommt schön eis rein geht das eis gerade hin in den großen frachtcontainer okay dann und hier so jawohl es lässt sich auch verschieben auch gut okay so wieder hier rein dann sind wir fertig 1 aus ok und dann machen wir mal hier noch einen gps punkte neu aus aktueller position und das wird so ok judy ok gehen wir hier mal ein stück weg drehen uns also eis sollten wir jetzt auch genügend erstmal haben für eine weile so ok wir gucken mal kurz da oben ist noch ein ok das heißt wir steigen mal nach oben und guck mal vielleicht ist da ja auch noch was drin mit ein bisschen glück so also da ist auf jeden fall nix drin ok dann fliegen wir hier mal da ist eis tiefer drin ok dann gucken wir uns mal um da ist das eis ja dann versuchen wir den da mal noch irgendwie das ist auch ein eis astroid ja das auch weiß und da ist ein mining carrier ok und dann können wir uns den da noch angucken so schauen wir mal mit ein bisschen glück silizium platin nahe vorbeiflug trägheitsdämpfer aus ok ok das war knapp war das knapp ok trinkheitsdämpfer laufen so dann schauen wir uns mal kurz um mal sehen ob wir hier noch was sehen da unten ist noch einer ok dann gehen wir mal zu dem da jetzt hier ein bisschen da auf die seite dann geben wir gas sagen wir mal 60 60 meter die sekunde ist glaube ich ich glaube ich genug die es war und gehen das wir gerade nicht so cool wir stoppen hier mal wir hatten anscheinend noch so ein seitwärtsdrall so ok je unsere reaktoren sind ganz schön es sind ganz schön überlastet habe ich gerade das gefühl ja schon ordentlich massig angehalten das wollen wir nicht so geht dann komm schon gibt mir silizium oder platin sei ein guter asteroid bremsen langsam ganz langsam geht das unbekannte signal fliegt vor mir davon okay müssen hier noch mal ein bisschen gas geben ein schlückchen trinken hier so zwischendurch so das hat hoffentlich nicht zu laut geplockt ich habe mich gerade verschätzt beim absetzen des des glases okay ein bisschen in die richtung hier gas so ein bisschen sicherheitsabstand wäre gut okay 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 ist da drüben was sehe ich da was anscheinend nicht anscheinend nicht was bist denn du da warte okay okay na auf wir gehen noch mal ein stück zurück so hier noch mal aus dem schatten raus das sieht doch so aus als wäre da unten was was schießt denn da auf mich oh mein gott okay oh mein gott okay da ist doch was super weit entfernt okay okay wir versuchen uns noch mal ein bisschen zu drehen so 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 ähm okay wir müssen uns noch ein bisschen drehen ich höre Dagger 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 was seid ihr denn ähm G äh ja super 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 Drohnen okay tja ich habe auch kein Magnesium und nix bedeutet ich kann gerade nichts tun ja okay dann fliegen wir mal in diese Richtung hier und hoffen dass wir hier Dinge finden oh ja wir haben oh ja wir haben wir haben gelitten okay wir gehen auf Z äh Dreckheizdämpfer auf Auto so okay wir nehmen hier mal ein paar Platten mit so halt hier äh Stahl so und dann hoffe ich dass ich hier nicht verloren gehe oh ja oh ja wir haben gut Dinge getan so so hier mal wieder Dinge ausbeulen okay okay das hat wirklich weh getan okay okay so wie geht's dir dem Triebwerk geht's gut okay wir könnten glaube ich langsam die Trägheitsdämpfer einschalten so F und Z Trägheitsdämpfer einschalten okay dann warten wir hier kurz die sind die immer noch hinter mir her das klingt halt so ne okay okay so wir wollen hier rüber oh ja oh ja ich sehe ich sehe Dinge also an meinem Schiff okay aber es sieht hier so aus als wäre da wieder nix okay ich muss hier sonst knalle ich hier mit voller Wucht dagegen äh ja ich würde sagen ich würde sagen hier ist wohl nix okay Judy dann bleiben wir hier mal kurz stehen Sven muss äh reparieren so okay hatte ich doch alles gerade er ist wieder schön gemacht ich immer dasselbe mit diesen Randalierern so hopp schupp nächste Kampfmusik bin verunsichert aber die hatten halt auch keine äh ähm okay spiel spiel okay okay die müssen doch auch irgendwann mal weggehen so die müssen doch auch irgendwann mal weggehen okay okay da kommen sie Räckheitsdämpfer sind an halt doch bitte wieder einsteigen wir gucken ne sie kommen wieder näher okay wir probieren das hier so mal sehen ich lege alles hier rein was ich habe äh da sind sie da sind sie so okay nein 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 so okay tschüss und hier dich auch noch aber komm schon jetzt sei doch mal nicht so widerspenstig so okay und wo ist nummer zwei tja ok leute mir geht's gut oh mein gott so wie geht's mit dem schiff was ist die viel wichtigere frage tja jetzt würde ich gerne wieder zurückfliegen was was war das was war denn das ist gerade für ein geräusch ist mir gerade nicht so klar hat mich das ding gerade gerammt okay das ist wieder das ist wieder ganz ich brauche stahlplatten ich brauche stahlplatten okay stahlplatten da haben wir noch welche so okay hier geht es auch noch nicht so gut die auch nicht auch nicht hier mal raus denken okay dem geht es auch gut na ja fast und toll dass die reputation nach unten geht die haben mich angegriffen und nicht andersrum dann müssen wir hier doch zwei tatsache das ding versucht mich das will mich wohl für wohnen people okay triebwerks komponenten würde ich sagen so hatte ich noch weg so und ich auch mit nuklearreaktor na komm schon das musst du doch wieder so wie sie die anderen auch immer machen so okay anscheinend nicht gut dann gehen wir wieder zurück und da dengelt das da die ganze zeit bei mir hier rum so okay die triebwerke müssen wir gleich überprüfen nicht dass die schaden genommen haben das wäre sehr bitter ja hier drin hat es nämlich auch schon ordentlich schaden gegeben ja ja ich bin ja gleich soweit da das hat nämlich ein bisschen was abgekriegt ja okay uiuiuiui okay dann gehen wir mal hier runter und werden uns hier wieder aufladen und liebe leute das ist das ende einer aufregenden folge wir sehen uns beim nächsten mal wieder ich freue mich auf euch bis dahin so 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 Untertitelung des ZDF, 2020